so da sind wir wieder bei crash bandicoot noch zwei level wenn ich das richtig sehe ja zwei level in dieser ebene dann kommt schon der nächste endgegner es müsste engine sein wenn ich mich nicht irre jetzt mal auf die uhr gucken ja dieser part mal gucken was ich was wir hier so erreichen was das ist ja schrecklich hier ok schnell ok es ist feuer und ein afg hat sie einfach nicht das sind schrecklich tier da vielleicht leben oh ja sehr schön noch besser noch besser bestimmt nitro kisten ach ja so klar ok dann machen wir später bonus level machen wir mal schaden kann es ja nicht bin ein bisschen heiser glaube ich ein bisschen halsschmerzen aber kann man nix machen ok kann man schon was machen stimme schon und hustenbonbons nehmen aber da habe ich keine lust also hustenbonbons schon aber nicht auf stimme schon das gibt es hier nicht nicht bei mir oh man ich merke jetzt schon dass das nur schlimm wird so ist das immer eine art checkpoint wenn man das nicht geschafft hat sport man nämlich wieder davor dann ist das schon in ordnung ich wünschte ich hätte mehr skill dann wäre das nicht so peinlich was ich hier alle mache vielleicht kriege ich den hier hochgejagt es ist wirklich sehr schön ich glaube nichts Komm schon, da ist es, auch da. Oh, man rutscht hier runter. Oh, was? Mir ist schon ein bisschen Angst hier gerade. Oh, liegen die einfach so rum? Schon so lange nicht mehr gespielt, ey. Aber okay. Sagen wir, liegen die nicht immer im Kissen. Hä? Oh, ich wollte doch sagen, wenn wir auch noch Freunde kommen. Na, oh. Boah, 20 und 84. So ist das, wenn ich wirklich gar nicht versuche. Wirklich gar nicht. Okay, dann gleich ins nächste Level. Behoming, behaving, behaving. Nützt sich schrecklich vielen Bienen an. Dann sitzen wir bestimmt wieder ein bisschen dran, aber nur noch vier Leben. Immerhin kann man hier sicher noch eingraben. Das ist schon mal ganz gut. Kann da nicht ganz so viel passieren. Oh, und den nehmen wir drauf. Und dann mit. Höh, das war ja. Oh Mann, was ist das denn? Ein dickes Ding, da kommt bestimmt mehr raus. Gar nicht. Oh, das hätte ich wohl nicht machen sollen. Boah, was? Okay. Wie assi ist das denn? Oh Mann. Pff, ein checkpoint. Okay, wenn ich da nicht gegen tue, dann sind die scheißegal. Scheinbar doch nicht. Alles war doch nichts rausgekommen. Oh, hab ich's erwischt. Höh, okay, das funktioniert nicht. Ich hab versucht einfach mal drunter her, aber soll wohl nicht sein. Die gehen sofort hoch. Ohne Wenn und Aber. Ich bin wohl noch ein paar Bienen hier gebrauchen. Können wir noch neu holen? Nee, das geht wohl nicht. Schade. Ich hab die Nitrokisten super mit kaputt machen können. Obwohl, das dann wahrscheinlich auch nach hinten. Oh. Wo's gegangen wäre. Lass mich in Ruhe. Und los auch. Nein. Oh. Mann, Mann, Mann. Braucht mir einfach mehr Skill. Komm raus, Yavin. Echt ein bisschen Schiss, ey. Nein. Oh, Mann. Bei dem weiß ich auch nicht so richtig, was los ist. Einfach mal rennen und hoffen. Ja. Nein. Zu spät gedrückt, ey. Ich spring gleich vom Stuhl hier. Ist ja nicht die Möglichkeit. Entweder ist heute nicht mein Tag. Oder was wahrscheinlicher ist. Ich kann's einfach nicht. Meine, eine echte Klammer. Resentlich besser. Boah. Oh, Gott. Ist wahrscheinlich einfach eine typische Ups. Ein typisches Problem, wenn man dabei noch reden muss. Boah, zum Glück. Oh, ein Checkpoint. Wo man sich dann noch nicht nur aufs Spielen, sondern auch noch aufs Reden konzentrieren muss. Ist das alles schon ein bisschen anstrengender. Und, 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 und. Weiter geht's, und weiter geht's. Weiter, weiter, immer weiter. Sehr schön. Dann nehmen wir doch Dank hinten mit. Nie jedes Leben, was wir kriegen. Haben alle daneben geschossen. Hätte ja klappen können. Gibt's doch irgendwas. Das ist doch viel zu merkwürdig. Hier mal schnell vorbei. Oh nein, die gibt's hier auch noch. Boah, nein. Da hinten ist ein Checkpoint auf jeden. Dann müssen wir erst mal nur bis nach da kommen. Dann sind wir wieder ein bisschen safe. Zack. Und weiter. Immer weiter, immer weiter. Zu viel zu konzentrieren hier. Los rein damit auch. Mist. Das klappt einfach nicht. Schade, schade. Ich komme jetzt hier erstmal hier hin. So, okay. Dann kommen wir hier schnell weiter. Und jetzt hier. Einfach durch. Einfach durch. Einfach. Und hoff. Und hoff. Und hoff. Ja. Sehr schön. Lieber ein Leben. 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 Ja, das sollte reichen. Ja. Oh Gott. Ich habe doch gedrückt. Mann. Kann doch nicht sein. Drücke und es passiert nichts. Komm. Schon wieder. Schenken die mir schon Leben, ey. Das ist sehr gärtig. Geht's doch auch. Geht doch. Oh. Nein. Leute, Leute. Jetzt einmal konzentrieren. Jetzt bin ich mal ein bisschen ruhiger. Ich glaube, ich renne einfach so. Jetzt glaube ich sicherer. Nein, das funktioniert nicht. Okay, letztes Leben. Ich halte jetzt mal eben die Klappe und konzentriere mich. Kann man jetzt nichts machen. Wenn man hier stirbt, verliert man kein richtiges Leben. Deswegen einfach alles mitnehmen, was geht. Oh, komm schon rüber da. So. Ja, damit. Auf jeden Fall die beiden Fragezeichenpisten. Da möchte ich keiner mehr drausspringen. Oh Gott. Geht doch. Sehr schön. Ja, das hat doch schon mal geholfen. Das nimmt einen dann ein wenig Druck ab. Wenn man nicht unbedingt alles noch mal von vorne machen muss, wenn man stirbt. Zack, zack, zack. Und schnell hier rein. Weck mal durch, ihr Assis, ey. Den haben wir dann auch schon mal. Sehr schön. Pff. Luh, 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 luh. Einfach hier unten bleiben. Da passiert nichts. Jetzt können wir aber, glaube ich, mal hoch. nein leute 89 kisten hatte ich auf jeden fall wenn mit allen die truppisten weise ich das immerhin diesmal einfach neben schnell durch die truppisten ja trotzdem tierisch aufpassen wenn jetzt die bieten noch mal kommen man hört sie aber nicht dann kommen sie hier noch nicht muss das auslösen kommen sofern man das mit ausgelöst hat auf jeden fall erst dahin okay zu kurz vorm ziel das kann doch jetzt nicht sein weg mit euch lecker äpfel wie auch immer der die einsamme gerade klappt das ok die bieten kommen die bieten kommen nein ich will nicht da noch verkacken oh man oh man oh man oh man hier wieder rein schnell ok jetzt der noch ein bisschen aufpassen da muss man echt schnell durch das ist nicht mein ding ja das ach komm ja und jetzt aber ja geht doch ich glaube zehn kisten oder so hätten uns gefehlt das geht ja noch ach ja behaving schreckliches level viel zu viele bienen auf video crash ich habe herausgestellt dass die opposition ist die masterminded dr. nitrus brio der inventor der evo rave brio war responsible für unsere misunderstandings in der die er hat mich den assiste in seine für world domination und er hat es wieder er hat er er hat er Alles klar Leute, cut, bis zur nächsten Folge, tschö.